Johnson Matty in Redwitz Johnson Matty in Redwitz entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Katalysatoren und Piezo-Keramische Produkte. Die Einsatzgebiete finden sich heute in der Industrie, Medizin, in Textilmaschinen und im Automobil. Wir bieten bei Piezo-Products Aktoren, Sensoren, Energiegeneratoren und Zerstäuber an, einzeln oder im System, mit Mechanik und Elektronik. Mit unseren Kunden entwickeln wir gemeinsam innovative Lösungen. Unser Ziel ist Ihr Erfolg.